Ich sag euch, bei Miezen wird so viel Glück krieg ich Sodbrennen. Ich... Jetzt haben wir es geschafft. Zu laut. Wir haben uns sogar einen Leibwächter mitgeschenkt. Immerhin schleppen wir hier über eine halbe Million Dollar mit uns rum. Die hätten eine Menge Ärger, wenn wir hier im Haus überfallen werden. Oh, Gott sei Dank muss ich diese verdammten Dinger nie wieder tragen. Sie haben doch das Geld, also lassen Sie uns in Ruhe und verschwinden Sie. Damit Dan Tanner Sie erwischt. Er wird bald gemerkt haben, was los ist. Mit Dan Tanner werden wir schon fertig. Das werden Sie nicht, hören Sie. Wir fliegen nach Mexiko. Da geben Sie mir den Namen, den ich brauche. Dann werde ich Sie freilassen. Klar? Los. Kommt, wir gehen ein bisschen schneller, damit Michelle sich um ihn kümmert. Das müssen wir schon aufnehmen. Wir brauchen die Body, die eine gute Leibwärm Baye, die er ist in der Lage zu spielen. Wir brauchen die Die Leibwärm Baye. Wir brauchen die Leibwärm Baye und die Leibwärm Baye und die Leibwärm Baye und die Leibwärm Baye. Mal die 400$. und die markierungen konnte man nur mit diesen